Die Wirtschaft braucht selbstständige, gut ausgebildete Fachkräfte. Mit den Wi-Fi-Kursen in Buchhaltung und Bilanzbuchhaltung bekommen Sie das nötige Know-how, um am Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Erfahrene und kompetente Trainerinnen und Trainer direkt aus der Arbeitswelt begleiten Sie auf Ihrem Weg zur Buchhaltung oder Bilanzbuchhaltung. In den Lehrgängen erwerben Sie detaillierte Kenntnisse zur Bilanzierung, Kosten- und Leistungsrechnung, dem Steuerrecht, Unternehmens- und Verfahrensrecht und zum Kapitalverkehr. Dabei fördert das eigens für das Wi-Fi entwickelte, neuartige Lernmodell LENA ein selbstbestimmtes und praxisorientiertes Lernen. Selbst gelernt hält am besten. Und daher ist unser Ziel, dass wir nachhaltig lebendiges Lernen aktiv ganz einfach fördern. Diese emotionelle Beteiligung erreichen wir durch zahlreiche innovative Methoden, wie zum Beispiel Gruppenübungen, Fallbeispiele, praxisorientierte Lösungsansätze und zahlreiche weitere Methoden, das für mehr Nachhaltigkeit, mehr Erfolg und mehr Aktivität beim Lernen zorgt. Um den bestmöglichen Lernerfolg für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu garantieren, werden neueste Lernunterlagen verwendet, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das Besondere an unseren Skripten ist, dass wir es geschafft haben, die Anforderungen, die die Arbeitswelt an Buchhalter, Bilanzbuchhalter stellt, in unseren Skripten umzusetzen. Ich denke, dass wir unseren Kursteilnehmern damit eine sehr, sehr fundierte und aktuelle Arbeitsunterlage zur Verfügung stellen können. Und das wird von den angehenden Buchhaltungs- und Bilanzbuchhaltungsprofis entsprechend honoriert. Die Organisation des gesamten Kursablaufes ist sehr, sehr gut gemacht. Es ist individuell abgestellt auf die einzelnen Kursteilnehmer. Man nimmt Rücksicht mit Pausen, mit Individualbeispielen auf die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer und das finde ich sehr, sehr gut. Das Tolle an dem Kurs und das ist auch der Grund, warum ich es auf alle Fälle weiterempfehlen kann, ist, man kriegt das Fundament, das man braucht, um dann in der Realität, in der Praxis bestehen zu können. Und das braucht ja jeder und dafür ist dieser Kurs absolut geeignet. Da ich ja selbst schon als Buchhalter tätig bin und auch die vortragenden Trainerinnen und Trainer selbst ebenfalls aus der Praxis kommen, können wir dieses Wissen eins zu eins in die Praxis mit hinüberleiten. Ich würde den Kurs auf jeden Fall weiterempfehlen. Mit diesem Wissen kann man im späteren Berufsleben als Buchhalter einen großen Schritt in der Karriereleiter vornehmen. Die hohe Qualität und der gute Ruf machen die WIFI-Ausbildung so einzigartig und ihren Abschluss so wertvoll. Bereiten Sie aktiv Ihren beruflichen Aufstieg vor und erhöhen Sie Ihre Karrierechancen bis hin zu einer erfolgreichen Selbstständigkeit. Für mich hat es sich verändert, dass ich heute in den Unternehmen, in denen ich beschäftigt bin, mitgestalten kann, mitentscheiden kann. Alle Ausbildungen, die ich absolviert habe, haben mich sehr weitergebracht. Die WIFI und ich sind ein langjähriger, erfolgreicher Partner. WIFI – dein Wissen ist für immer. WIFI – dein Wissen ist für immer. WIFI – dein Wissen ist für immer.